wieder schönen guten tag warum weiter der ebene müssen wir denn lang heranspringen weiter jetzt dann haben wir uns auch gar nicht mehr so weit rüberhangeln hier ist eine wache ausgeschaltet und rüber ja so weit ist er nicht mehr kloé kümmert sich darum, keine sorge hier rüber ja wir sind da rüber richtig geile animationen auch noch also da muss ich sagen sind sie echt gut drinnen die video ist auch richtig hammer gemacht worden echt die alle respekt vor mir auf jeden fall ich hätte ich so aus jetzt noch was anderes machen wir können nicht näher ran wenn es so hält ist was macht sie denn komm schon chloe braves mädchen ach ja wir sind eigentlich schon da alles klar alles klar ich will da nur rein und lass mich rein also ja auf geht's und da ist die alarmanlage und die ist so eingestellt dass wir nur das glas berühren müssen damit sie los geht kein problem man voila okay haben wir auch das richtige ja das finden wir am besten gleich raus sorry marco mist das ist die untertreibung des jahres das ist es das ist vollkommen wertlos das licht des großen kahn warte mal was machst du da das ist harz es brennt und gib mir dein feuerzeug hältst du das für eine gute idee hier drin komm schon wow lass sehen unsere schiffe trieben durch die flut in die wildnis von java hört sich nach einem tsunami an ja irgendwo im westen von borneo oh gut das kannst du sein hier irgendwo bei diesem berg müssen sie aufgrund gelaufen sein mit dem berg finden wir die schiffe ja klingt logisch äh moment noch was was war als wollte das meer selbst die grausame fracht abwerfen die wir mitbrachten aus schambala der fluch von chintamani und das sagt dir was schambala verdammt flinn was marco polo fand schambala shangri la du machst witze wenn sie den schintamani stein hatten ist er vielleicht noch da das ist ja wirklich spannend aber wir müssen jetzt los ja ich komm ja schon was soll das sorry nate hier trennt sich unser weg aber was ist mit unserem plan nein das war dein plan ich hab jetzt meinen eigenen komm schon wirf jetzt das seil runter tja nate damit hast du jetzt wohl nicht gerechnet du hast nämlich eine kleinigkeit übersehen partner und willst du mich jetzt erschießen nein ich muss dich nur für eine zeit aus dem verkehr ziehen mist meinst du ich hätte nicht sofort von den schiffen gewusst jedes kind hätte das herausgefunden flinn hör mal jetzt siehs endlich ein das war's für dich noch nicht die wachen brauchen doch einen kleinen vorsprung so jetzt geht's los nichts für ungut ja so da sind sie auch wieder und um mich jetzt schnell abhauen ein schuss kam nämlich töten und das ist für mich so angenehm und nicht reich mit mir da in die richtung das war's und hier und ich wurde gerade getroffen schnell abhauen sonst kommen sie noch okay denkt nach nicht hier geht's lang gut 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 und hier wir hier Untertitelung des ZDF, 2020